Das hört man, das hört man ja, Alter. Du bist am schmatzen und es gruselt im Hintergrund. Man versteht deine Stimme kaum. Wenn du richtig gut bist, sagst du sogar Wasser isst. Das ist, beim Dennis ist es immer Kinderschokolade. Das stimmt. So, Autozuweis. Hier, das ist, warum ist das eine verdorrene Map überhaupt? Die ist total geil, die liebe ich. Ne, weil wir die halt noch nie gesucht haben. Ja, das stimmt. Oh, Dennis, jawoll. Jawoll. Die S-Company ist zusammen. Wir sind gestärkt. Was, ihr seid die IS-Company? Die IS-Company. Aha, dann sind wir wohl die Guten. Ich wollte uns jetzt nicht die SS-Company nennen. Ja, ich hab ihn beim Bus. Hast du gut gemacht, hast du gut gemacht. Hab ihn gesehen, wollte ich sagen. Ach, Alter, du bist wohl noch gar nicht richtig wach, oder was? Hat er voll daneben geschossen? Ja, ich weiß, leider. Oh, oh. Oh, wie böse. Suchen und zerstören. Na gut, Dennis. Achso, stimmt, man sieht es jetzt auch wieder. Es geht jetzt einfach weiter. Ich hab auf einmal urplötzlich den Spiele-Sound auf dem Kopfhörer und es war so laut. Dennis ist ganz geflasht. Ja, ich glaub, jetzt muss ich ihn erstmal wieder höher drinnen. Doch, du ahnst es ja nicht. Was hast du denn gemacht? Wir müssen hier rauf gehen, wie gesagt. Dann muss ich nur auf uns halten. Ja, ich wollte springen. Das ist aber eine schlechte Taktik jetzt. Ja, ich könnte jetzt auch mal eine Runde gewinnen hier. Weißt du was geiles, Boris? Das hier ist geil. Das kommt nur keiner. Ja. Ja, ich wollte es dir nur mal zeigen. Schon gut. Ich hörte tatsächlich das Spiel hier irgendwie. Und das ist im Surround sogar. Da war noch. Okay, cool. Ja. So muss es sich anfühlen, wenn man zum ersten Mal in seinem Leben was hört. Ja, ja. Das ist erschreckend, aber ja. Ein emotionaler Moment. Ey, das ist jetzt nicht mit mir hier rumgecampt, oder? Oh, das bist du ja. Entschuldige. Warte mal, wenn du da bist. Das ist doch nicht hier lang. Alter, das dauert ja schon 30 Sekunden, bis wir die Bombe hier gefunden haben, ja. Alter, das ist still ja. Boah, ey. Da hinten ist er. Ja, er ist oben. Ah, er hat mich in den Flug abgeschossen, hinten links in der Ecke. Ja, und er weiß glaube ich, wo du bist. Der Dennis, er bewegt sich nicht weg. Wir haben die Runde 250 Modern Warfare 2 Battle. Er bewegt sich nicht weg. Die Granate kommt. Er bleibt stehen. Wieso, Dennis? Wieso gehst du nicht einfach weg? Ja, weil der Dennis musste ja versuchen zu entschärfen. Wir hatten ja keine Zeit mehr. Wie, war keine Zeit mehr? Da habe ich schon noch genug. Achso. Naja, das war schon richtig so. Dann hast du mir aber trotzdem, also du hast es jetzt ein bisschen Counter-Strike-mäßig genommen. Du müsstest es aber eigentlich eher als Modern Warfare Spieler nehmen, weil du hast mir eine Abschussserie jetzt geschenkt. Ich weiß nicht von wo. Ah, von dem Torbogen unten wurde ich erschossen. Also eigentlich, eigentlich darfst du dich nicht opfern bei Modern Warfare 2, wenn man es genau nimmt. Du hast zwar spieltechnisch, taktisch richtig gemacht, aber... Ja, wenn ich opfe, das war ja versucht. Ja, gut, aber... Ich war ja auch der erste Überzeugung, ich schaffe es doch, die Runde zu gewinnen. Das ist sehr gut. Ja, dann hättest du... Achso, okay. Ja, dann habe ich jetzt nichts gesagt. Also der eine nämlich abgeschlossen hat, der saß eher tendenziell bei A. Hm, beim Torbogen, da habe ich nichts gesehen. Ja, auf den Sim sind wir ja rumgesprungen. Der andere ist bei B, kann es bei A legen. Jetzt kommt er zu mir gerannt. Sehr gut reagiert. Jetzt ist er bei mir. Ja, oben, oben. Oh, da ist er, da ist er. Aber ich habe dich perfekt gehört. Ja, ich habe auch gesagt. Ja, es war eine tolle Idee, mal Maps zu nehmen, die keiner richtig kann. Na, wobei, jetzt wissen wir ja, die Bombe verteidigen. Mal gucken, wie das geht. Ja, das ist jetzt schwieriger. Das stimmt allerdings. Für uns. Weißt du, was es leichter macht, Christian? Äh, nein. Abschussserien. Oh, nein. Ja, Siggi. Scheint ein Ding voll gewesen, wir sind eiskalt. Ja, stimmt, wir sind echt eiskalt. Ja, ihr seid eiskalt, aber ihr seid dann trotzdem auch tot. Das hat nichts zu heißen. Ah, er steht oben, oben beim Geländer. Ah, ich kenne mich doch nicht mehr so richtig gut, ja? Ich habe die unten immer in den Krieg gespielt, aber... Oh, nein. Ich stirb nicht. Dieser kleine Kommentar, er steht oben. Da muss der andere unten sein. Ich würde sagen, dass ich irgendwo unten stehe. Also muss er irgendwo beim Hühnermarkt gewesen sein. Ich bin ja auch blörend, der kommt ja noch von weiter oben noch. Geht das? Oh, das geht nicht. Ach so, ach so, dann hätte ich mir das sparen können mit dem Hinweis, also. Aber danke, dass du mir nicht geholfen hast, also. Ich habe doch versucht, mich auf dich drauf auszuschießen. Das habe ich gesehen, du hast auch hochgeschossen. Du hast gesehen, dass ich gelitten habe, ja? Dann wollte ich mich erleichtern, ja? Er hat übrigens die... Er hat die Bombe übrigens, also... Die Bombe müsste Richtung B unterwegs sein, Boris. Und während ich das sage, dreht er um. Und läuft zu A. Doch dann sage ich das ja schon wieder, dann dreht er sich wieder um. Läuft zu B. Wir kennen das nicht, er wartet einfach auf euch, bis er euch beide erlegen kann. Es geht hier nicht um die Bombe, es geht um euch. Ah, okay. Was persönlich ist. Der legt gar nicht, der sitzt das aus. Wo ist es? Er hat aber keine Geduld. Doch er legt. Haben wir denn eine Pär? Um noch nichts zu sehen. Irgendwo von oben. Ach da, wie kommen wir denn da rauf? Klettern. Stimmt, der war noch eins über mir, wie geht das denn? Also ich meinte, vorhin war ich hier bei der Treppe, war er da, als er mich erschossen hatte. Ja. War ich auch. So Bilanzen lassen noch zu wünschen übrig. Ich habe noch keinen einzigen Kill, oder? Aber ihr könnt euch nur verbessern, also. Nee, nee, nee. Ich finde es schon okay, heute mal die verlorenen Maps zu spielen. Ja. Oh, da oben auf dem Dach ist einer. Einen haben wir, einen haben wir. Du hast einen, du hast einen, der Hammer. Ich habe auch einen, ich habe auch einen. Von hinten oben bei A, bei A irgendwo, glaube ich. Oh. Ich habe echt den Spielzahn, den ich hier drauf habe, aber ich habe überhaupt nichts gemacht. Das war auf einmal. Da. Ich habe was im Auge. Spielstopp. Spielstopp. Nein. Ach, dann ist du warst schon tot. Das wusste ich gar nicht. Too easy. Wie ich erwähnte, wie ich erwähnte, ähm, war einer da. Guckt er noch. Da guckt er noch mit großem Auge. Ja. Oh, die 9-0. Ja. Oh Mann, ey. Ich bin nur zu spät, weil ich war eben noch bei einem Modern Warfare 2 Turnier, weißt du. Oh oh. Das wollte ich heute immer mal machen. Völlig sinnlos. Achtung, sie wollen es tight angehen. Oh, da ist einer bei B. Ah, er hat mich. Oh, und der andere hat mich auch. Oh Mann. Da war ich eigentlich genau rechtzeitig da, aber ich habe nicht schnell genug reagiert. Ja, genau. Ach, da ist er. Guck, da fällt er. Ah. Da fällt er. Mit Spielstand auf dem Ohr in Stereo. Jetzt sind wir wieder gut. Jetzt haben wir die andere Seite. Jetzt müssen wir wieder. Wir schützen jetzt einfach. Wir schützen jetzt einfach alles. Ja. Und vor allen Dingen unser Leben. Denn jetzt laufen wir schon wieder hinterher. Wir haben noch zwei Dinge. Ah, dann sind sie bei B. Ich glaube, wir haben Fehler gemacht. Ich glaube, sie haben das wirklich geglaubt, was ich gerade gesagt habe. Die Farbe wurde platziert. Verdammt. Jawohl, Dennis. Sehr gut. Jetzt läuft sie langsam. Oh, ich habe eine Claimor vernichtet, aber wurde selbst vernichtet dabei. Auf den Dächern über A. Die Dächer über A war es wieder. Holen wir, Tiger. Holen wir, Tiger. Holen wir, Tiger. Was war verfrüht. Denk dran, wenn du da bist, die Dächer. Die Dächer. Wenn du da bist. Nein, das Problem ist, hast du mich schon vorher gesehen gehabt? Weil ich habe jetzt eben gerade erst eine andere Waffe aufgenommen, weil da noch so eine dumme Waffe aufgenommen hat. Nee, nee, nee. Der Trash-Talk vom Dennis hat mich dazu verleitet, mal zu gucken. Wenn du da bist, ja, guck doch mal. Also nur, wenn es sich einrichten lässt, ne? Ich weiß, du hast einen vollen Terminplan. Kannst du es sicherlich nicht. Och, nö. Was war das? Warst du hinter mir, oder was? Nee, ich kam gerade um die Ecke. Nein! Ging aber schnell die Runde. Ich habe auch gemessert. Ja, ich habe auch schneller gemessert. Da habe ich noch ganz verzweifelt geschaut, weil der Boris irgendwie entscheidend hinter mir war, ja? Oh! Tja, Boris, da war sie. Da war sie. Da war sie. Da war sie. Tut mir leid. Ja, komm, dann haue ich jetzt meine Abschlussserien raus. Heute ist das, heute ist das Ding. Jetzt haben wir den einen Punkt, ja. Unsere Ehrenrettung haben wir schon. Jetzt schon. Bitte nicht mich, bitte nicht mich. Nee, ich versuche. Sind die Empore, sind die Empore. Hat mich erwischt. Ich habe einen. Das war einfach ins Nichts geschossen. Das stimmt so nicht. Nein? Also doch, ja, irgendwie stimmt's schon. So, wo ist der Zweite? Der ist natürlich auch eiskalt. Boah, so eiskalt bin ich. Ja, kein Treffer. Ich sehe ihn nie. Oh, 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 Volkhammer. Aha, aha. Die Eulen. Die Eulen. Die Eulen. Ich habe es auch irgendwas da gesehen, aber ich bin nur unschüssig noch. Ich glaube, er ist hinter mir. Nee, ist er nicht. Sie waren da, wurde Platziert. Nein. Sehr gut gemacht, Boris, super. Da rennt er rein. Ich hatte so Angst vorm Olli, dass ich da so schnell hin bin. Guck mal, hier. Ja, aber meine Granate kommt jetzt auch noch. Pass auf. Hier kommt die Granate. Achtung. Wo warst du denn dann noch? Ja, die sieht man gar nicht mehr. Ah, in den Tod gesprungen, ja. Hm. Sehr schön. Er läuft ins Häuschen rum und schuldigt er die Bombe hier, ja. Auch ganz schön unverschiebend. Einmal nicht drauf geschaut. Ah, das wollte ich schon immer mal machen. Ich sehe den Olli, glaube ich, rot. Aber diesmal laufen wir zusammen. Ich höre Schüsse. Dann geht drauf. Oh nein. Die sind auf dem Weg zu Mitte. Ich hätte sie beinahe beide gekillt, aber ich war zu schnell. Ah, einer ist unten. Jetzt habe ich nur einen gekillt. Oder oben. Dann ist der andere auch die Leiter hoch. Nee, ist er nicht. Oben ist alles frei. Ja, die Echse, die sind bei der anderen Bombe. Die Bombe wurde platziert. Ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert, ey. Das war eigentlich eine verwirrtheitliche für einen Olli, ey. Und du legst die echt. Hammerhart. Sehr gut. Ich glaube, er weiß, wo du bist. Da war er schon mal. Alter, ihr werdet schon länger schufeln, wenn du da so drauf schießt, ja. Klar, ja. Ich habe mir eingestellt, dass es länger dauert, die Bombe zu legen, als sonst. Das kam mir so vor. Das kam mir ewig vor, um die Bombe zu legen. Aber vielleicht auch, weil man da so auf diesem offenen Feld dann da steht. Das kann nur der Boris beantworten, aber der hält sich gentlemanlike zurück. Ich habe, ich habe, äh, das wird eingestellt, wie immer. Okay. Okay, dann glauben wir dir das mal. 15 Sekunden. Ja, genau. Aufklärungsdrohne. Dennis, da kann man doch lang. Ja, die Aufklärungsdrohne, die habe ich jetzt mal rausgeholt. Ich habe mir schon mal einen Daffel, so höchig ist ja nicht weiter. Aber hier geht es ja weiter, doch gut, Dennis. Ja, was, wirklich? Ich habe mich geschossen. Die sind hier oben auf dem Balkon. Das bin ich, das war ich. Oh nein, sorry. Das war ich. Ich habe keinen Namen angezeigt bekommen. Oh shit. Ja, ich bin ja auch. Du hast ja aber auch so gedeckt verhalten da, und dann dachte ich, das ist auffällig. Ja, tut gut. Das muss ein Krimineller sein. Ups, ich habe was Neues rausgefunden, sehr cool. Ich frage euch Zeit, ob das jetzt nochmal zu machen. Ach, komm. Einer ist unten bei B in der Ecke. Ne, da nicht. Die sind dann beide bei B, Boris. Also mach sie ruhig platt. Ich muss hier was ausprobieren. Okay. Das wäre der Boris auch gewesen. Ja, das geht. Und vielleicht... Das... Uh, das geht auch. Das geht aber nicht. Schade. Okay. Ja, dann kann jetzt einer zur A kommen. Ich bin bereit. Das hört sich an, als ob der Olli irgendwie so einen Boden-Tunru-Gymnastik macht. Ich habe gerade wirklich was cooles rausgefunden. Also... Also finde ich halt, ne. Dass ich das cool finde, finde ich jetzt. Alter, der steht direkt neben mir. Oh, der Olli ist on the way. Nein! Und der? Ich musste nachladen. Da musste ich nachladen. Okay. Taktikwechsel. Also, aber Hauptsum und, äh, Boris, was habt ihr da gerade gemacht? Das war krass, oder? Ich komme da hingelaubt, dass stehen die zu zweit nebeneinander, rufe ich mich und gucke mich an. Weil ich stehe da so in der Zeit, drehe ich mich so um, ist der Boris neben mir, ja? So, jetzt mal Konzentration hier, ja? Das war ein wenig bizarr. 9,2 ist ganz schön eng. Aber eng ist immer gut. Ja, das stimmt wohl. Jetzt machen wir jetzt mal sowas hier. Der andere ist mit Sicherheit auch hier. Christian, wenn du mich jetzt messerst, ja? Dann muss ich leider töten. Wenn ich halt einfach nur nicht neben mich. Die Bombe ist down. Die Bombe ist hier down by A. Ja, ob so. Der Adler. Der Adler. Der Adler. Überfliegt. Den Haar wicht. Der Wellensittich mag sein Wasser nicht. Nein. Ah, da ist er. Da ist er. Der kommt hierher. Ich gehe drauf. Oh Gott. Ah, doch nicht. Ich gehe nicht drauf. Doch, jetzt geht er drauf. Uh, geht drauf. Okay, jetzt geht er drauf. Verdammt. War aber ein knappes Höschen. Ja, war's. Ich hätte einfach hier weggehen sollen. Ich habe mich aber auch dumm angestellt. Man sieht ja nicht so viel jetzt im Replay. Habt ihr den Kopf eigentlich gesehen? Weil, also, ich habe aus Kopfschusssicht, habe ich irgendeinen von euch die ganze Zeit gesehen. Auf dem Dach. Das war ich. Echt? Als ich oben stand oder was? Deswegen. Ja. Ich habe da auch rumgeschaut. Da war nichts. Stand so ein viereckiges Häuschen entfernt. Ebenfalls. So auf der gleichen Höhe. Ja, und? Ja, ich gucke halt gern. Au, au, au. Ah, ich wurde von hinten erschossen. Da war die Draht. Der Boris lag schon wieder da in seiner Ecke bei B. Aber diesmal hat er wahrscheinlich... Au, ich hätte mich nicht drauf geschaut, ob er die Bombe hatte. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich gerade noch... Ah, da war eine Claymore. Die Frage, ob der Christian da eine hingelegt hat, wahrscheinlich eher nicht. Denn der Dennis ist zurückgelaufen. In seine Base. Hey, da ist er. Da, da. Und jetzt... Ja, ja, ja. Oh. Aber da habe ich ja richtig antizipiert. Ich habe dich nur nicht gesehen. Ah, da hinten. Ja, okay. Ich mache jetzt eine andere Waffe. Das ist fies. Ja, komm. Ja, aber ich nehme... Ja, okay. Dann nehme ich auch die Bombe mit. Ich hätte ja auch einen Panther gehabt, rein theoretisch. Also alles gut. Ja, rein theoretisch benutze ich mit Sicherheit nichts, was du nicht auch benutzen kannst. Außer jetzt vielleicht. Hm. War da was gelegt, Dennis? Ja. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob du das wasser oder ob es eine andere war. Ah, da oben. Ich habe ihn auch gesehen. Er hat einen Sniper und ist oben auf dem Dach wieder. Sein Lieblings-Palestin vom Olli. Weißt du, wo er mich schon rumgebracht hat? Ah, wahr. Wenn du jetzt dann gleich links und nach unten schaust, dann siehst du ihn. Wehe. Meins. Meins also nach rechts und nach oben. Genau. Eins stimmt, eins nicht. Ich weiß, dass es eigentlich eh egal ist. Ich habe jetzt ja eh schon runtergegangen, Bombe zu legen. Ich auch. Da ist es. Da ist es. Boah, das war knapp heute. Von wo? Ah, da hin. Boah. Boah, das ist natürlich der Todespunkt da. Ah, ist kalt. Du, weil der Punkt, der ich angesucht habe, das war schon der, wo du vom Olli erschossen wurdest, oder? Genau. Also da saß ich 30 Sekunden vorher. Das stimmt. Ja. Ja. Hm.